da muss einer bike spielen ja und der scouten und das bike macht halt viel der mensch gegen den auf die ja habe ich schon geswitcht der community brauchst meine freundin ist ja heute schon um 10 uhr los na deswegen dachte ich ja kannst du mal noch mal nutzen hier nochmal ballast man stream an alter fürs money junge geschickt also sieht man noch schnee oder andere hat mir ein replay geschickt wo eins vor eins gespielt hat ja ich habe es mir leider nur noch nicht angekommen vor allem für andré der wehrmachtler war ja ich sage es mal so lieber tiefer eingerangt werden alter und dafür dann nicht die ganze zeit passieren alter als du bist ja wie zwölf oder so gewinnt und kriegst nur aufs maul man ja was denn das hier schon wieder alter ich möchte mich einfach fühlen, wenn ich mich öffne, wenn ich mich öffne, wenn ich mich öffne Ach, ich hasse das manchmal, dieses Scheiß-Bike kriegt so schnell den Motorschaden. Ja, danke für nix, sorry. Spike hat sich recht gelohnt. Kriegt mit Half-Life Ingen Damage, Alter. RIP! Ich bin bei dir zwei. Nö, einer. Nö, dann weiß ich nicht. Achso, da ist schon der Mist. Zielposition eingenommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich sie noch halten kann. Zielobjekt ist frei. Beginne es zu sichern. Ah, doch, der kommt da gerade. Ich wechsle die Stellung. Jawohl, wird gemacht. Bionier-Troff bei Zielposition. Denke Anarchie, heute wieder im Labern, im Stream, Alter, ne? Junge, die instant ging mir so auf den Sack sein. Ich habe den Schrott gelaber schon wieder, Alter, habe ihn direkt gebannt. Ich bin mir so auf den Sack. Vor allem, weißt du, Mr. Alter, schreibt die ganze Zeit jemanden an, Alter, zum Bar-Counten. Und labert dann die Leute immer voll. Äh, wieso machst du das? Wieso machst du das? Denkst ja einfach nur so, halt deinen Maul, Junge. Soda, Soda, Soda live in Stream. Begebe mich in Schussposition. Begebe mich in Schussposition. Skriuliere hier, glaube ich, es scheint unbewacht zu sein. Mist, nur probiere, Geschuss. Begeben uns in Position. Bin so gut wie verschwunden. Ihr Scharfschütze, Flieger unter Beschuss. Der wird sich noch wundern, der wird sich noch wundern. Hab ihn aufs Korn genommen. Achtung, der Feind rückt vor. Scharfschütze, begebe mich in Schussposition. ich habe ja schon gerechnet dass er wieder einen schrott spielt ja ja im 1 vor uns hat zwischenzeitlich war gar nicht so scheiße aus dann geht der affe 4m 84 2a tht gespielt weiß ich dachte mir schon zu jahr der spiel bestimmt zweit mehr macht ja und dann kommt da vier macht sondern da war halt hier no chance man wir verlieren doch da baut eine einheit hallo 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 wurden unterbrochen Verstecke mich! Begeben uns in Position! Bewege mich, unser Beschäftig! Gehe mich in Schussposition. Die Speicherungsfunktion wurde beendet. Ich wechsle die Stellung. Ihre Infatrie versucht uns fertig zu machen. Ich wechsle die Stellung. Die Weiblinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Begehe mich in Schussposition. Diese ganze Lauferei macht weniger Lauf. Wir verlieren einen Sektor. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Setz euch in Bewegung. Befehle bestätigen. Mark 38 bereit. Hier, Scharfschütze. Jawohl, wird gemacht. Das Geschütze ist geraden und bereit. Alles klar, zu Befehl. Scharfschütze, Kampf bereit. Jawohl, in Bewegung. Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Bioniere hier. Hier, Scharfschütze, immer schön unauffällig bleiben. Wen sollen wir für die Unfallgewehrs? Scharfschütze begibt sich in Position. Bereit für den Feindkontakt. Wir haben zwei Bewerber. Ein Andriffstrupp ist zu sehr zu den Bewerbungen gestoßen. Die Feindlinie greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Unsere vorgelagerten Nachschubwege wurden durchbrochen. Scharfschütze, hier. Erweckung, bevor wir uns nach. Schäle, in das Scharfschütze, unterbrief der Einwand. Scharfschütze bereiten mich in Position. Scharfschütze bereiten mich in Position. Scharfschütze bereiten mich in Position. Diese Scharfschütze beschützt. Scharfschütze begibt sich und gebe mich in Position. Boah, lol, beide Sniper mit einer Mine down. Sick. Läuft wie ein Länderspiel hier, Alter. Rückwärts und bergab, Alter. Bereit für den Sieg. Angriff des Erden, bereit. Ihr schießt doch wohl. Ihr schießt doch wohl. Ihr schießt doch wohl. Ich habe bereit zum Meister. Kommt schon, wir müssen weiter. Abmarsch, Stellungswechsel. Habe verstanden. Macht schnell, bewegt euch. Angriff. Dicker, gibt's nicht. Dicker, gibt's nicht. Dicker, da liegt ja noch eine Mine, Alter. Boah. Lange ist der Limit. Ich spiel' grad richtig schlecht, Alter. Wir werden sie verletzt. Ja, die Gegner sind auch echt Moops. Wir werden nur gerade die Stöpfel aus den Ohren. Der Feind hat noch 300 Punkte. Ihr Stoßdruck. Erwarten Ihre Befehle. Stoßdruck. Bewegung. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Ihre Befehle? Kommst du heute nicht, kommst du morgen nicht. Bioniere bereit. Bioniere hier. Weg den Flammenwerfer nach vorne. Weiter. Lade dieses Ding und macht uns bereit. MG in Kampfhandlung und Verwickelung. Meldet der Hausamst. Stoßdruck einsatzbereit. MG steht unter Feindbeschuss. Das Geschütze ist geladen und bereit. Hier. Bewegt euch und macht die Flammenwerfer nach. Bereit zum Angriff. Verlagern Positionen. Was wir haben, halten wir. MG steht unter Feindbeschuss. Bereit das Heimatland zu verteidigen. Hier entlang. Meldet der Hausamst. Stoßdruck einsatzbereit. Mannwerfer Truppe. Bioniere rücken raus. Hier Stoßdruck. Schwere Infarkt. Einheit für den Städtenkampf bereit. Schöne, wir haben eine Stoßdruck. Schöne, wir haben einen Stoßdruck. Mhhhhhhhh. Nuuuus! Schöne, يا, wir haben viel Aufmer staffen. Da mit der Stoßdruck einfach noch geil aus. Pufft es. Da gibt es in Käm-Greis und Preinshot ist gerag. Stoßdruck! Stoßdruck! Erwarte Befehle! Wir werden erbarmungslos verschwarten. Wo sollen wir hin? Jawohl, was wünschen Sie? Hier im Gegend. Die Leute sind sich kalibriert. Übersteckend. Sie sind riesig. Sie haben meine Aufregung. Angriffreserven bereit. Stoßdruck! 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 Ausrüstung! Schultern! Unterdrückt,ivilze! Stoßdruck! Stoßdruck! Gratper! Ein guter Erdnengebrech! Fett~! Achem... Stoßdruck! Stoßdruck 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 Was sind Stuhlschuss, Alter, der ganze Schreckweg. Also der Huha ist gar nicht so dumm vom Gameplay hier, Alter. So ein Gameplay? Oh, das ist echt schlecht. Die Pfeilverbanden des Wehres stehen drüben. Deutomyросchus! Wir werden noch fast dabei. Feuer er wieder! Aufmercht! Der Befehlsschug in Bewegung, in Bewegung. Pfeilvergibt sich zur neuen Position, schluck in Bewegung. Stock in Bewegung. Fahrer, Höchstgeschwindigkeit.